Ja, hallo und herzlich willkommen bei Pradam.at. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir was ganz was Tolles und zwar das 18 Plus Set mit der Nummer 76182 mit 410 Teilen aus der komischen Kopf-Serie. Es ist der Batman-Helm und ja, wir schauen uns das an. 410 Teile. Wir haben noch ein anderes Refrain auch für euch vom Darth Vader-Helm. Der hat 820 Teile circa. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, schaut einfach rein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Verpasst kein Video. Und ab 18. ist auch live unser Video zu den Looney Tunes Minifigures Sets. Also schaut da rein. Würde mich freuen. So, was haltet ihr von dem ganzen Set? Habt ihr schon so einen Kopf gebaut? Für mich ist es mein erster. Wie gesagt, 401 Teile ist jetzt nicht so mega. Beeindruckend vielleicht. Aber es schaut schon interessant aus. Also, Batman-Logo oben. So eine Tafel dabei. Dann muss man das da irgendwie aufbekommen da unten. Na ja, da kann man drüber streiten. Also da hast du zum Aufmachen hast du halt diese zum Reindrücken. Am besten geht es mit den Fingernägeln da in diese Kante reindrücken. Dann kriegst du es auf. Ich meine, man kann drüber streiten. Ob man es schöner aufmachen sollte. Umgekehrt, ja. Dann hat die Anleitung recht klein. Gut, ist jetzt nicht das Riesenset, was wir da haben. Bisschen verbogen. Ja, schöner schwarzer Karton. Ich bin jetzt nicht der Überfan von den schwarzen Kartons, weil ich mir ein bisschen Angst habe, dass die vielleicht doch irgendwie dann nicht so gut funktionieren oder abfärmen, wenn es das mit den Fingern angreift. Ja, kurz zur Anleitung. Die Anleitung hat hinten da ein Feedback und Win. Ich habe noch nie was gewonnen. Ja, ca. 93 Seiten das Ganze. 130 Bauabschnitte. Ihr seht es da schon, das dürfte kein Sticker sein. Dann habt ihr ein bisschen eine Geschichte zum Batman vorne drinnen. Wie man den Brick-Separator richtig verwendet und was die drei Bauabschnitte da machen. Wie man den Brick-Separator ist. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, so schaut er aus. 60 Euro zahlt es dafür, 420 Teile, 76182 ist die Produktnummer, der Lego Batman Kopf schaut cool aus, ist von der Größe her, ja, aber er ist schon ordentlich robust, also du merkst schon, er hat so richtige coole 3D-Form, ja, das machst du schon. Batman-Fans, holt's euch das. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal, euer Bratum, ciao. Sjatrío! Sjatr Nick Sjatrumbl, *** ойvisor nicht mit tableau. Sjatrumbl, wie sie auf denback45-C neighborhood, 2T, 1T, 2T, 3T, 3T, 4T, 4T, 3T, 4T, 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 3T. 4T, 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 5T, 6T, 4T und 6T, 5T. 4T, 5T, 4T, 4T, 6T, 5T, 4500, 6TL, 6T, 0T, 4T, 5T, 6T, 0T, 5T3, 5T, 3T. 4T. 0T.2,